Das Thema des Römerbriefes ist die Rechtfertigung durch den Glauben. In einer der letzten Folgen besprachen wir die Resultate der Rechtfertigung im Leben des Gläubigen. Darüber lesen wir nämlich in Römer Kapitel 5. Jetzt im Kapitel 6 geht der Apostel Paulus, der hier in diesem Brief eine grundlegende Abhandlung über den christlichen Glauben gibt, weiter. Er zeigt das praktische Leben nach der Gerechtwerdung. Das ist nun ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, den wir leicht vergessen, aber doch keinesfalls außer Acht lassen dürfen. Ich lese jetzt aus Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 14 aus der Guten Nachricht Bibel. Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 14 Was folgt daraus für uns? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Liebe Gottes sich umso mächtiger erweisen kann? Nein, ganz gewiss nicht. Für die Sünde sind wir tot. Wie können wir dann weiter unter ihrer Herrschaft leben? Durch die Taufe sind wir alle mit Jesus Christus verbunden worden. Wisst ihr nicht, was das bedeutet? Die Taufe verbindet uns mit seinem Tod. Als wir getauft wurden, wurden wir mit ihm begraben. Aber wie er durch die wunderbare Macht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so können und sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wie wir mit Christus im Tod vereint waren, sollen wir auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ganz sicher, was wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn von einem Toten hat die Sünde nichts mehr zu fordern. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Davon sind wir fest überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Ein für allemal starb Christus für die Sünde. Jetzt lebt er für Gott. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde. Aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Lasst also euren vergänglichen Körper nicht von der Sünde beherrscht werden. Gehorcht nicht euren Leidenschaften. Liefert keinen Teil eures Körpers der Sünde aus, damit sie ihn nicht als Waffe gegen das Gute benutzen kann. Stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung als Menschen, die aus dem Tod ins neue Leben gelangt sind. Gott soll euch mit all euren Fähigkeiten als Waffe im Kampf für das Gute benutzen können. Die Sünde hat künftig keine Macht mehr über euch, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Soweit der Text aus der Guten Nachricht Bibel, Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 14. Als wir noch in Quito lebten, gab es immer wieder Studentenunruhen. Die jungen Leute protestierten gegen die Inflation, die zunächst eine Verteuerung der Gebrauchsgüter mit sich gebracht hat. Ich sprach einmal mit einem gläubigen Jugendlichen aus unserer Gemeinde über diese Probleme. Rolando war selbst Student und machte eifrig bei den Protesten mit. Ich war ein wenig verwundert über seine Position und begann einmal Fragen an ihn zu richten. Besonders interessierte mich zu erfahren, wie viel er wirklich von den Maßnahmen der Regierung verstand und welche Ziele er mit den Revolten verfolgte. Er stellte sich heraus, dass er so gut wie keine Ahnung hatte, warum die Regierung das Geld entwertet hatte und was für Folgen das für die Wirtschaft und das ganze Land bringen kann. Die Gründe, weshalb er bei den Protesten mitmachte, waren auch sehr schwach. Er wollte kein Außenseiter sein, nicht jetzt und nicht später, wenn seine Schulkameraden einmal wichtige Positionen in Politik und Wirtschaft hätten. Er wollte sich eine gute Ausgangsbasis für die Zukunft sichern. Also seine Gründe, weshalb er gegen die Regierung protestierte, waren gar nicht das Wohl der armen Bevölkerung, noch ging es um die Erleichterung einer besonderen Härte für die Studenten – es waren ganz einfach egoistische Motive, die auf materielle Vorteile für ihn selbst abgezielt waren. Das hat mich sehr enttäuscht, denn Rolando war sonntags ein sehr treuer Christ. Er war immer pünktlich in der Kirche und sang im Jugendchor und tat kleinere Dienste in der Gemeinde. Ich zweifle nicht daran, dass er wiedergeboren ist und von Gott gerechtfertigt wurde, aber nun stimmte sein Leben nicht mehr mit den christlichen Grundsätzen und Lehren überein. Er lebte weiter im Egoismus und Materialismus. Seine Ziele waren Macht und Stellung. Und er ließ sich zum Hass aufstacheln und schürte selbst bei anderen den Hass. So wie ihm geht es vielen Christen. Das ist aber nicht richtig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Nach der Rechtfertigung durch den Glauben folgt auch ein neues Leben, ein Leben des Gehorsams gegen Gott und eine totale Abkehr von der Sünde. Das praktische Leben des Christen in Schule, Beruf, in Familie und Gemeinde, in der Gesellschaft, nach unserer Gerechtwerdung durch den Glauben an Jesus, das ist es, was uns heute interessiert. Zunächst müssen wir einmal sehen, dass für einen Menschen, der wiedergeboren wurde und gerecht gemacht ist, noch weiter die Versuchung besteht. Er wird auch noch weiterhin zur Sünde gereizt und verführt. Die Welt ist voller Versprechen, wenn wir bereit sind, zu lügen, zu stehlen, zu betrügen und Gott zu vergessen. Auch für einen wiedergeborenen Christen gibt es noch weiter die Versuchung. Dann aber müssen wir auch sehen, dass Gläubige falsche Vorbilder haben können. Manche von diesen falschen Leitbildern sind sehr gut christlich getarnt und sie gebrauchen christliches Vokabular. Aber in Wahrheit sind sie weit entfernt von Gott und wollen nur ihre Anhänger haben, die sie mit sich ins Verderben bringen. Schließlich gibt es bei dem jungen Christen auch noch falsche Ansichten und Ideen und es nimmt Zeit für ihn, die biblischen Gedanken und Prinzipien zu verstehen, Christi Standpunkt zu sehen und seinen eigenen Standpunkt aufgeben zu können. Aus Unkenntnis der Bibel und des göttlichen Willens sind manche Christen verführt worden und leben ein Leben, das den christlichen Grundsätzen widerspricht. Deshalb betonen wir immer wieder, dass der Gläubige die Bibel lesen und studieren soll, damit er von den Gedanken Gottes erfüllt wird und nicht von den verkehrten Ideen dieser Welt. Und zuletzt gibt es wirklich so viele Kämpfe für den Gerechten, der sich in dieser Welt bewähren will. Da gibt es Reize und Laster, denen er sich nur mit größter Mühe entziehen kann, anderen aber erliegt er und fällt. Es ist nicht so, dass unser Leben nach der Bekehrung automatisch ohne Probleme und ohne Rückschläge und Kämpfe abläuft. Aber trotzdem sollte es immer klar bleiben, dass von Gott gerechtfertigte Menschen in einem neuen Leben wandeln und dass sie anders sind als die unerlösten Menschen. Also in Römer Kapitel 6 gibt der Apostel einige Tatsachen, an die wir uns erinnern sollen in unserem Wandel nach der Gerechtwerdung. Diese Tatsachen können uns helfen, der Sünde zu widerstehen und das Richtige zu tun. Erstens sagt Paulus in Vers 6 nach Luther, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist. Dieser kurze Satzteil enthält eigentlich schon zwei wichtige Wahrheiten. Die erste ist, dass wir jetzt zwei Naturen haben, den alten Menschen und den neuen Menschen. Der alte Mensch will die Sünde, will Ungehorsam und Egoismus. Der neue Mensch will Gott gehorchen. Er will das Gute tun. Bevor wir wiedergeboren wurden, hatten wir nur eine Natur, den alten Menschen, der nur für sich selbst lebt und für den die Sünde das Normale ist. Vielleicht wünschten wir uns auch in diesem Zustand schon manchmal heilig und rein zu sein und ewiges Leben zu haben. Aber da war keine Hoffnung und keine Kraft zur Änderung. Nach unserem Tode werden wir nur noch den neuen Menschen haben. Der alte kommt nicht mit in den Himmel. Aber in dieser Spanne von unserer Gerechtwerdung bis zum Eingang in die Herrlichkeit haben wir diese beiden Naturen, die alte und die neue. Und diese beiden liegen im Streit. Die alte will nicht, was die neue will. Und die neue will nicht mehr das Böse, das die alte Natur will. Das Wissen um diesen Kampf und um die Existenz dieser beiden Naturen in uns kann uns schon viel helfen zu einem richtigen Lebenswandel. Wir wissen ja, wem wir gehören wollen und wem nicht. Die zweite Wahrheit in diesem Vers ist, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Das ist nun ein bisschen schwer zu erklären und zu verstehen. Trotzdem liegt dem Apostel Paulus viel daran, uns diese Wahrheit deutlich zu machen. Unser alter Mensch lebt ja noch, aber er ist schon zum Tode verurteilt und hat praktisch keine Rechte mehr. Er zappelt zwar noch und stellt seine Forderungen, aber in Wirklichkeit ist er tot und hat keine Ansprüche mehr zu stellen. Der alte Mensch ist gerichtet und zum Tode verurteilt. Darum sagt Paulus in Vers 11, Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Wer tot ist, kann nicht mehr gelockt und gereizt werden. Wer tot ist, hat keine Bedürfnisse und Ansprüche mehr. Er reagiert nicht mehr auf keine noch so starke Versuchung. Der Rat, den Paulus gibt, um ein neues Leben zu führen, ist, Rechnet damit, dass ihr tot seid. Dann werdet ihr keine Sünden mehr begehen. Zu den Tatsachen, die uns helfen können, in dem neuen Leben zu wandeln nach unserer Rechtfertigung, gehört auch, was Paulus im Vers 16 sagt. Wisset ihr nicht, welchem ihr euch als Knechte ergebe zum Gehorsam, dessen Knechte seid ihr, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Hier zeigt der Apostel, dass es für uns zwei Herren gibt. Der eine Herr ist die Sünde oder Satan und der andere Herr ist Jesus oder die Gerechtigkeit. Wir haben die Wahl, wem wir uns zum Gehorsam verpflichten wollen, und dementsprechend wird auch unser täglicher Lebenswandel aussehen. Ohne Herrn sind wir niemals. Das ist eben unsere menschliche Situation. Aber wir können uns doch sehr wohl aussuchen, wem wir untertan sein wollen. Paulus sagt es in Vers 18 so, Denn wo ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Also beiden Herren können wir nicht dienen und uns ganz den beiden Herrschaften entziehen, können wir auch nicht. Entweder wir dienen dem einen und lassen den anderen oder umgekehrt. Das Wissen um diese beiden Herren zeigt uns, dass wir eine Verantwortung der Wahl haben. Wir können entscheiden, wem wir folgen wollen. Diese Entscheidung wird dann unser Leben entsprechend beeinflussen. Gott will auf jeden Fall, dass unser Leben nach der Rechtfertigung nicht weiter in Sünde und Ungehorsam gegen ihn verläuft. Der neue Wandel oder die Heiligung geschieht nicht automatisch an uns. Sie ist ein Kampf gegen den alten Menschen und die Sünde. Aber das Kennen und Fürwahrhalten einiger Tatsachen kann uns helfen, in einem neuen Leben zu wandeln. Das ist einmal das Wissen um die beiden Naturen, die in uns streiten, das Wissen um die beiden Herren, denen wir nach freier Wahl dienen können, und das dritte ist das Wissen darum, dass unser alter Mensch verurteilt und gerichtet ist. Du bist gestorben und begraben, wenn du gerechtfertigt bist, und auferstanden zu einem neuen Leben nach dem Willen Gottes. Wahres Christsein hat nicht nur mit Vergebung zu tun, sondern auch mit einem neuen Lebenswandel. Die Wiedergeburt hat nicht nur mit der Lösung aller unserer Sorgen und Probleme zu tun, sondern auch mit einem neuen Leben in Heiligkeit und ganzer Hingabe und Gehorsam an Gott. Gott möchte, dass du gerettet wirst. Aber er möchte auch, dass du dann ein neues Leben für ihn lebst. Bist du dazu bereit? Wir beten O Herr, so viele Christen, die du gerecht gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz, versagen im täglichen Leben. Sie sündigen weiter und fallen immer tiefer. Schenke uns, O Herr, ein tiefes Verlangen nach Reinigung, Heiligung und einem Wandel nach deinem Willen und zu deiner Ehre. Amen Schenke uns, O Herr, ein tiefes Verlangen nach Vince. Amen